Also in das Böckchen packen wir eigentlich den persönlichen Begleitschreiben, dann kommt der Badge, es kommt ein Hotel-Voucher, ein Anreiseticket, diverse Partner-Flyer kommen rein, einfach alles, was eigentlich der Kunde bei der Anmeldung ausgewählt hat, ob er individuell zugestellt hat. Also jetzt kommt man mal so eine Wilde. Das sind die, die durch die Kampen gehen, sind alles wildig bei dir? Ja. Oh, habt ihr gesehen? PZ, ja. Ja, das Böckchen ist einfach individuell auf den Teilnehmer zugeschnitten. Das dauert jetzt eigentlich von jetzt rund zwei Wochen, tun wir täglich vom 8. bis zum 5. die Böckchen abpacken und wir verschicken rund 1'500 Böckchen. Das war's für heute.